Ne, deins ist rot, was dich gerade verfolgt. Das sind richtige Killermaulwürfe. Du rennst auch weg. Wow, hier kommst du gar nicht hoch. Scheiße, Schaden und Tod. Nein! Oh, ich will nicht. Du bist falsch da. Ich wollte dich gerade auslachen. Äh, wir rennen gerade in die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Guck mal, ein Packer. Viel weiter. Viel weiter jetzt. Droppen umtreten. Ja, droppen ja natürlich nicht immer irgendwas, ne? Aber dass ich jetzt Tierfutter bekommen habe, das war Glück. Aber ich muss das Vieh erstmal finden. Fiss dich. Krieg nen Tritt. Direkt in der Luft gestorben eben, hast du gesehen? Mhm. Da oben. Ja. So muss es sein. Schon wieder falsch gedrückt. Ich hab seit's erstes angegriffen. Guck mal, Hasen. Töten. Miss. Da stand eben echt Miss. Was magierstab bekommen eben. Ja. Ich glaub, da kommen Gegner. Ach ne. Freunde, die haben mir geholfen beim Hasen. Das ist geil, echt. Ah, wir kommen zu ne Grenze. Guck mal auf die Karte. Und da siehst du bestimmt diese gepunktete Linie, ne? Ja. Und das ist ne Grenze zum nächsten Kontinent, sozusagen. Oh. Äh, ja. Das kommt denn da auf und zu. Frag mich auch. Aber erstmal mach ich mir das Holz. Ja, da frag ich mich auch, was wir denn da für'n Gebiet kriegen. Sieht Ozean nicht aus. Ist es auch. Wenn du Wasser in der Nähe hast, dann ist das gleich der Ozean. Mann, Mann, Mann. Eigentlich mein, du bist hier grad voll am Kämpfen. Ne, ich ignoriere's. Ein Strand. Hm, Ozean. Müsst mir später skillen dann. Dass wir da rüberkommen. Vasell Ocean. Und jetzt kannst du zurückscrollen und dann hat er noch mehr. Unser Kontinent. Ich geh mal nicht weiter, ne? Ne. Da kommt ein Oga. Lass mal Richtung Osten gehen. Okay. Aber ich würde sagen, ich, wir machen hier eine ganz kurze Pause, ne? Okay. Dann bedanken wir uns für's zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh Gott. So. Starten. Was war schon? Jetzt ja. 3, 2, 1. Und damit willkommen zurück zu Cube World. Wieder mit dabei. Pest-Royer-P. Willkommen zurück. Jo. Jo. Und, jo. Ich würde sagen, was wir machen müssen, auf jeden Fall zurück zur Stadt kommen. Erstmal töten. Ja, oder erst mal töten. Mann, ey. Du bist ein Arsch, Michi. Nee, weil es grad dunkel wird. Und wenn das hier dunkel wird, wäre das extrem dunkel. Das wollen wir euch nicht antun. Dann seht ihr nämlich gar nichts mehr. Kannst schnell stoppen. Oder wollen wir dunkeln weiter rennen in eine andere Richtung? Vielleicht finden wir ja noch ein anderes Dorf. Ja. Dann wäre das ein bisschen schnell dunkel. Naja. Ich glaube, ab 10 ist das so wirklich dunkel, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ähm, mein Tier rufen. Wenn du ein Tier hast und das nicht da ist, einfach auf T drücken, dann rufst du es. Wenn du ein Tier hast. Ja, ich muss erst mal rausfinden, wie ich ein Tier bekomme. Bei... Guck mal bei... Auf B und dann bei den Tieren oben. Wenn du da was drin hast, dann hast du noch eine Exe für ein Tier was. Nö, nichts. Okay. Klein runter. Nix. Nix gelootet. Und da ist ne Burg. Wow. Da unten. Das hin? Hm, das hin. Ist klar. Ach, und du gehst trotzdem hin? Ne, ich renne nur in diese Richtung. Weil da hinten ist ja wieder Kartenhände. Ich habe auch schon mal ne Lampe rausgeholt. Hey, Blumen. Nein. Meins. Ich leg mich mal hin. Ja, das mach. Gibt's keine zwei Betten. Nö. Aber die Zeit vergeht dadurch schneller, hast du mal gesehen? Durch Schlafen? Hm. Was ist denn da explodiert? Mein Sprung war das. Ach ja. Aber das Gute ist, wir sehen ja hinterher auf der Karte, wo die Burg ist. Chicken. Ja, flieg. Bin jetzt. Du bist viel. Ja, irgendwie looten die nix mehr so wirklich, ne? Ne. Wasser. Nein, es bin ich runtergefallen. War der schon wieder ein neues Level rein? Wer? Wir beide. Wir beide gleichzeitig. Ne, ich nicht. Ach nee, du warst ja schon Level 3, ne? Ja. Da war ja was. Ich habe noch nie eine Burg gesehen. Ne? Die Burg ist nicht so einfach. Aber das Problem ist, komm, lass uns das mal. Oder wir rennen wirklich zurück zum Dorf. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Wie weit ist denn das weg? Boah. Hm, sag ich ja. Deswegen wollte ich eigentlich erstmal in diese Richtung rennen. Vielleicht taucht da eine in der Nähe einer auf. Gibt's nicht mehrere? Doch, aber die sind weiter verteilt. Immer an den nächsten Kontinent. Und du wolltest ja natürlich nicht rüberschwimmen, ne? Ne. Dann hätten wir richtig lange gebraucht. Dö, dö, dö. Außer du skillst das mit dem Schwimmen jetzt schon. Dann kann man nicht schnell fliegen auch. Äh, schnell mit dem Boot fahren. Man muss das ja erstmal skillen. Spring beim Schwimmen geht schneller. Ja, ich weiß. Hab ich gerade irgendwie nur komischweise nicht gemacht. Bin ja gespannt, welches Gebiet wir erreichen dann. Guck mal, da kämpft jemand. Wie schnell sind denn die? Hm? Was war denn das gerade? Das ist ein Wassermagier. Der heilt ja auch noch dazu. Der Wassermagier ist die Heilgruppe. Ach du Scheiße. Ein Duckbill, aber ein Großformat. Wollen wir mal versuchen? Hm. Alter, was da? Der hält ganz schön aus, ne? Er ist mal ein Tritt. Vielleicht machst du auch... Vielleicht machst du mal normale Schüsse und dann lädst du ja. Ja, das mache ich gerade. Scheiße, wieso springe ich manchmal vorbei? Oh, ich bin tot. Ja, du musst auch mal drauf achten. Also, ich gehe nicht hinterher ins Wasser rein. Doch, muss ich ja. Weil mein Hasel ja die ganze Zeit war. Ich sollte mal heilen, erstmal. Bin unterwegs. Thomas Missy. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Wen schaffen wir? Boah. mein haus oder gekehlt doch mal auf dich weißt du doch 3 hp hast keine tränke mehr nicht diese weiß ich gar nicht wie rennt so eigentlich andauernd ja weil du rennst immer so weg dass ich noch nicht mal hinterher kommen so ich habe noch einen rutschen gehabt weil manchmal echt dort warte mal bevor du den kids sterbe und dann rennen es nun war ich ihn erst mal aus weil ich krieg mal nicht die xp dafür sonst nicht mehr wenn ich nicht da bin das wäre ganz traurig das ist scheiße wir hauen ihnen schon so ein schaden rein ganze zeit was der war gerade wieder so schnell jetzt aber kommen nein nein nicht zu mir jetzt kommen okay doch was war das eigentlich ne gar nicht und das ist ein ausrüstungsgegenstand heil dich mal erstmal ach hat er sich die dinger schon hergestellt die heilen ganz gut ne ja weiter richtung grenze ne und das wird jetzt schon voll dunkel das ist gut da kannst du immer mit einschlag gluten ganz schön dass für mich sein das war gemeint jetzt ne das wäre gemeint ne dass ich dich so verarscht hab eben ich bin ja gespannt echt welche grenze dahin kommt ach da kommt auch eine grenze ja guck dir doch die karte an das dauert doch noch ja das dauert noch etwas stimmt aber trotzdem eine eule ich weiß gar nicht was die eulen mögen ich dachte ganze zeit das wäre so ein fredermaus ja fredermaus in den höhen du bist einer wow ganz schnell weg vor dem aber ich habe bis jetzt noch keine einzige höhle hier gefunden ne ne ich auch nicht das sind echt die soll es wirklich geben ja es gibt es hier hüllen also normal habe ich schon welche gefunden aber hier jetzt noch nicht oh ouch oh gott man müsste sonst mal im back rumrennen und immer mal gucken guck mal da legt nass ja toll ich war zu weit weg eben halt easy meins ich glaube da hinten ist ein lagerfeuer lass da mal hinrennen hoffentlich sind da keine bösen gegner wieso da sehe ich doch schon welche ach ne äh so zwei tische maschumsspieß wie viel gibt es denn so ein maschum pill 241 heftig aber erstmal muss ich sowas das ist ganz schön dunkel jetzt schon ne ja ja ich bin kurz auf k wieso erst jemand im eins zu machen achso boah hey ist das dunkel man sieht selbst kaum noch aus das ist sch-